so herzlich willkommen zu einer neuen folge hier ja smite siehste der nur das ist gegen spieler ne du ach so wusste ich muss es kein bot gehen ja ich nehme jetzt auch auf alles gut herzlich willkommen zu meiner folge ich lade nur ich nehme nur vorsichtig auf falls bei der outer city oder so sagt von wegen ne keine lust herkules was herkules deine mutter ist herkules wir haben doch schon tank du vollhonk alter ja jetzt hast du schon bestätig du vollidiot komm nimm an du dreckiger achso er ist neu in dem game oder was ne but early in the game also früh im spiel habe ich halt wenig wenig verträgung das ist richtig aber wozu wollen wir zwei dings haben ja guck mal die haben bakkus als tank nev sechs mal gemeistert ja läuft nev sechs mal wieder mit der holt sich immer richtig gerne runter wenn du die sieht ja läuft bei ihm alter nur live der spiel das halt sehr ordentlich oder er spielt nur nev das kann aus wo bist du ich war nur in der base spring für wen ist nochmal mana kill boah keine ahnung das kann ich auch schon mal so aus als wenn jeder wüsste was zu tun ist mhm außer ich habe keine ahnung was ich dafür ja lol da kommt bakkas uhr schickt doch die hände nein oder wer war das jetzt ist noch und keine ahnung warum aber ich krieg's nicht was war das du bist nicht tot wolltest du sagen zurückziehen ne ist ja auch bloß dachte jetzt haue ich erstmal richtig drauf ich war gerade mal im kampf drin und war schon tot dafür muss ich sagen hat hart ist später im spiel sehr gut verteilt irgendwann so ein scheiß oh ja wenn man es richtig verblüben macht oh 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 da krieg ich schon einen von nave mit ne du kleine dreckige ne ne so nicht blöde affe ne ne bakkas uhr war das glaube ich ja hier ist aber auch ein apfel gewesen ich will erstmal ein bisschen goldfarben jaaa jungen oh ich hab kein Mann mehr muss trotzdem noch ein bisschen vorsichtig ganz spüren ja weißt jetzt mich naja naja weil sonst viel ist du die ein bisschen zu sehr weißt ja weiß ich wohl aber was soll ich das machen wenn ich einfach bei den sch wenn ich bei unseren ganzen tippen stehe mit ne ja ich weiß ich spiel noch so als ob es ein volles team wär ja siehste bakkas uhr macht mich jetzt schon what the fuck siehste siehste erstmal entschuldigen dafür dass ich so kacke spiel mann nave du dreckige hmmm ist hier noch ein krumm ich glaub's nicht tsch hab ich nicht mal was dagegen so aufzusteben ne aber wenn mir was dagegen dass bakkas uhr einfach zu mir kommen kann und mich einfach so placht ja bakkas uhr ist im early ganz schön stark aber später nicht mehr hm ja ja siehste ich bin hier schon wieder ich bin besoffen ich krieg einfach keine kohle zusammen oh scheiße ja 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 jetzt bekomm ich das neiiiin ach mann hier siehste bakkas uhr war hier kein anschloss da ist es es sieh hin Warte mal, wie soll er das einfach davorsteigen? Das geht bei dem nicht mehr, das ging bei dem Tower. Gibt es den Tower eigentlich noch? Ne! Alter, kommt er wieder weg, ich glaub's ja nicht. Bacca-Sucher rockt einfach alles weg, aber... Das kann man sich durch Wände teleportieren. Ne, du dummer Bitch! Ja, schau! Nein! Nein! Alter! Alter! Es ist nicht wahr! Es ist einfach nicht wahr! Ich hab noch keinen Kill! Schabala! Und Schubala! Ich bin gestunnt! Fick dich! Ja, und dann kommt Bacca-Sucher wieder. Ich bin schon wieder besoffen! Ich darf noch nicht... Was? Wunder, dass Bacca-Sucher mich diesmal nicht geholt hat. Boah. Tschau. Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... No! Einiger Andrew hat aufgewandelt. Mehr Fure für meine Spur! Nein! Ja, ich hab's zumindest eigentlich noch aufweißen können! Der kommt ja wieder angerannt wie so ein Möbelkind, ey. Nakazura, Alter, kauf dir mein Leben. Echt, jetzt lass den Stinker nicht hinkommen, Junge. Das darf nicht wahr sein. Oh ja, es grübst er mich noch voll. Das nennt man mal Rasur. Er hat gegen den Strich. Lacht er uns aus, Junge kleiner Wichser? Alter, du behinderte Bitch. Nö, es kommt ja wieder von der Seite. Es ist doch... Ja, da kommt Nakazura wieder. Nakazura ist noch gar nicht so das Problem, dieser scheiß Hexendoktor ist das Problem, Mann. Ja, ich finde dadurch, dass Nakazura dann auf einmal wieder so viel Schaden reindrückt. Ja, aber er hält nix aus. Ja, das ist mir egal als Tank. Oh ja, da kommt er wieder. Scheiß Hexenkacker. What the fuck? Da wurde ich eiskalt. Sehr gut. Können wir nicht mal so geile Leute haben? Ich weiß nicht, ob das extra ist oder ob sie wirklich Cthulhu falsch geschrieben hat. Guck mal, die, die, äh, die Dings spielt. Die Ex, äh, die Magierin. Rüchser. Press F6. Ich sollte auch mal mit meinem Haupt-Main-Spiel, ne, da. Wie aufgeben. Das Spiel wird zu Ende, Mann. Spock. Ist mir egal, ob die mich rapen. Wenn wir es zu Ende, wenn wir es zu Ende spielen kriegen, glaube ich, aber noch zu Ende. Hallo? Bakazura und der Hexendoktor ist schon eine üble Kombo. Das ist schon eine üble Kombo, Alter. Er kommt weg. Bitte nicht. Holt er mich noch? Der hat gar kein Leben mehr. Ja, läuft bei ihm. Wenn wir nicht ausgehen, mach ich halt, halt E4. Nein, das ist aber nicht in unserem Team. Gau mal genau hin. Das stimmt. Und der hat wahrscheinlich die Verbindung von uns. Wollt ihr nichts gegen? Und wer ist denn das? Pressura, ne? Nee, Bakazura ist tot. Nave. Die Idee mich am wenigsten genervt hat. Ja. Ich einfach nicht treffe, Junge, du kleine Muschi. Du musst mal sagen, wenn er deine Ulti zündest. Also ich kann die jetzt gerade zünden, falls du das meinst. Und Bakazura wieder angekackt. Der einfach nur so einen üblen, so einen üblen Schaden reinboxt. Zumindest haben auch unsere Mates erkannt, dass ich nicht der beste Spieler bin. Hm-hm. Hm-hm. Hey, was? Hier ist doch gar keiner. Da warst du auf den Schechst. Geraped. Hm, die uns. Ja. Okay ich geh hin. Okay. Jetzt ich dir Baby. Was ist die Zeug von dieser anderen Seite? Nein, viele Fragen. ist er hätte ich wollte wenigstens mal einen kill aber ich kriege heute nix ich kriege heute einfach nix zustande ja ich hab auch ja als tank das war nicht so wenig leben hatte da dachte ich mir einfach nur noch so kommt drauf ja da wurden wir mal wieder kräftig in den arsch getreten würde ich mal sagen hat er da echt gerade noch geschrieben f6 für aufgeben will ich mich verarschen ja als nächstes würde ich nochmal sagen ist mir egal das ist gerade auch nur so ein gierlagenbildschirm ja wenn er nicht weg geht ja tut man leert also ja naja danke fürs zuschauen Leute bis zum nächsten Mal vielleicht gewinnen wir das mal vielleicht gewinnen wir das mal